Die Kriege der Zukunft werden nicht mehr auf einem Schlachtfeld oder auf See stattfinden. Die werden im Weltraum ausgetragen oder unter Umständen auf dem Gipfel eines sehr hohen Berges. Aber auf jeden Fall wird der eigentliche Hauptteil des Kampfes von kleinen Robotern übernommen. Und auch wenn ihr uns heute verlasst, vergesst niemals, was eure Pflichten sind. Ihr müsst diese Roboter bauen und warten. Danke! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!